hey leutchen und damit hallo und herzlich willkommen zurück und das letzte mal wo gespeichert worden waren wir hier daran kann ich mich auch entsinnen hoffentlich ist das große auto nicht weg weil der stadt nämlich da so ich habe mir vorgenommen dass wir uns hier ein bisschen also hier ein bisschen austoben da haben wir ordentlich was zu tun genau da müssen wir noch mal zur basis denn hier brauchen wir munition und mal gucken was wir zu heiß drin haben ok wir haben auch wieder internet sehr schön da ist doch keiner was hat sie denn so wir müssen hier nach rechts und jetzt sind wir auch schon da einmal frei ok cool da haben wir jetzt ein drittes auto dann passt das doch dann ist das auch schön sehr schön guckt euch mal hinten noch was drin ist alles leer alles haus und ja lass uns mal hier ein bisschen ausrüsten die machen da schon ich glaube an hier wir haben toll da habe ich schon längst so ein buch und wir brauchen vor allem noch ein bisschen was zum heilen und wir brauchen vor allen dingen noch ein bisschen was zum heilen und dann sie folgt uns auch mit deswegen spreche ich mal kurz mit ihr und wechseln sie hat schuss auf jeden fall noch ein paar da ausdauerheilzeug hat sie auch da 18 schuss ich hoffe dass das reichen wird denn ich habe gerade nicht mehr okay wir sprechen wir suchen noch einen dritten unseren kleinen ich renne dann dauernd vor das betten kommt nicht vor uns macht aber jemand den zombie weg so schön ok dann müssen wir es halt zu zweit machen ich hoffe dass das einigermaßen gehen wird ich muss mal kurz hier erstmal kurz gucken da rennt jemand rum der hat irgendwas auf dem herzen ich weiß gar nicht wie oft ich das schon weg gemacht habe aber schon ein paar mal ich freue mich ein bisschen mit medizin und vor allen dingen ein bisschen heilzeuger wir sind erstell Hier ist es. Hier war das gerade irgendwie das? Oh, war ich gerade schocken. Achso, ist natürlich ungünstig, dass ich gerade sie nehme. Weil sie noch so... ...kampfunerfahren ist. Was will der eigentlich? Ich habe es nicht auf dem Schirm. Ich glaube, dass morgen immer besser als heute ist. Okay. Oh, hier ist noch was. Optional? Okay, das ist... Okay, wir kommen fahren. Oh mein... Haben wir schon genug? Ich stelle jetzt nicht extra aus und hole die ein, also da bin ich jetzt mal verschwenderisch. Okay. Let's hope that X marks the spot. Let's not draw their attention. Okay? Okay. Vielleicht unbedingt dastehen? Was? Oh, was ist ein Job hier? Oh, ich habe gerade erschrocken. Okay. Geht nur vor. Mach doch mal mal rein. Also. Mach doch nicht ein bisschen mit. Faule Socke. Oh. Das ist nur was ich... Ich wusste, wir würden ihn finden. Oh, da gibt es ein paar mehr. Ich hoffe, das Fragezeichen macht ein bisschen mit. Schön, was war ich hier drin? Erstmal durchsuchen. Okay, wechseln wir kurz. Nein, nicht zu ihm. Ist das jetzt unser Freund? Achso, das war es schon. Okay, Benzin haben wir. Schau, ich sehe jemanden, neben mir. Na komm. Was auch immer du sagst, Boss. Oh, da brauchen wir nicht weitergehen. Ähm, das bringt nicht viel. Ne, ich wechsle den Charakter. Und wir müssen nochmal zurück. Jetzt wieder weiterfahren. Also jetzt weiterfahren mit ihr. Das bringt nicht viel. Müssen wir wechseln. Da ist sich schon ein bisschen angeschlagen. Und das macht natürlich nicht viel. Boah. Ja, geht einfach um. Autsch. Mach doch das Auto nicht kaputt. Ach. Mach doch das Auto nicht kaputt. Ach. Muss ich ausruhen, deswegen brauchen wir sie jetzt nicht. So. Okay. Hm. Jetzt wird es dunkel. Das will ich auch nicht unbedingt da hin. Hey. Come on. This will be fun. You first, amigo. Nein. Das ist ja eigentlich nur... Das ist ja eigentlich nur... Du brauchst was? Okay. Du leidst den Weg. Okay. Okay. Ja, macht er schon. Wir haben ne Waffe und aber keine Munition. Ist natürlich ärgerlich, der kriegt die Waffe. Hier ein bisschen Munition. Ach doch, er hat doch Munition gehabt. Okay. Komm, die packen wir erst mal weg. Flaschen brauche auch nicht. Geh auf. Du first, amigo. Ich war ein bisschen raus und vor, also habe ich ein paar Sachen zurückgebracht. Was ist denn das eigentlich? Aha. Tablettenpresse. Okay. Ich hoffe, dass es weniger als 20 sind. Wir könnten ja vielleicht auch erstmal... Ich weiß nicht, wie lange es noch hell ist. Ich habe schon das Gefühl, es wird bei dunkel, dass wir hier... ein bisschen was suchen. Okay. Für den Zombies Fahrerzeichen. Weil da steht keine Zahl da. Ah, gesichert. Sehr schön. Ah, da hinten ist ne Kiste. So. Ich hoffe, wir finden ein bisschen Munition. Ähnliches. Oh, das war so gut. Oh, das war so gut. Oh, nichts. Hier könnten wir auch bauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir dann... Ich glaube, der wird mir umziehen. Der Turm ist jetzt erstmal soweit fertig und sieht gar nicht mal so hässlich aus. Ah, da hinten ist noch eins. Aber wenn es den brauchen wir erstmal nicht. Es gibt noch ein Gegenstand hier. Aber den müssen wir wieder finden. Ist das das? Okay. Muss ich mal kurz wechseln? Wieso haben wir da ein bisschen ein paar Kolon gefunden? Hm. 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 Du bist erst, Amigo. Hm. Hm. Seht ihr? Jetzt wird es nämlich dunkel. So langsam, da habe ich ein bisschen Angst vor. Wir haben ein bisschen Angst vorgelegt. Wir haben ein paar wirkliche Zombieprobleme. Kannst du dir helfen? Ähm. Wir haben einen Fähre. Oh. 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 Oh, oh. Wird es jetzt doch nicht dunkel? Ich blicke nicht mehr durch. Wir brauchen langsam Lebensmittel. Ich höre ja, es passt langsam. Eigentlich würde ich aber anders hin, aber irgendwie klappt das nicht. Denn da müssen sie fit und jung und frisch sein. Und wenn wir da so jetzt rumscheuchen von A nach B und hast du nicht gesehen, dann ist das Ganze nicht gerade sehr förderlich. Oh, den habe ich auch gesehen, aber will ich nicht sehen. Der macht mir Angst. Der ist riesig. Bin ich doch schon. Aussteigen. Ah ja, ja, aussteigen. Gut, da wir gerade einmal hier sind. Können wir gucken, was es im Angebot hat. Das ist aber auch niedlich, der Außenposten. Hallo. Also, du willst ein Bezug machen? Also, du willst ein Bezug machen? All right. Das ist sehr schön, dass wir ganz viel Medizin finden, aber wir brauchen eigentlich ein bisschen Nahrung. Okay, da haben wir auch tatsächlich ein bisschen was gefunden. Ich dachte, es gibt was Größeres. So, Sack. Nichts gefunden. Okay, gucken wir weiter. Da ist noch was. Irgendwo ist noch was. Also, noch mindestens zwei gibt es eingefunden. Hier ist aber noch irgendwo einer. Da müsste ich dann noch ein bisschen Munition verstecken. Okay, gut gefunden. Aber es fehlt noch ein Sack. Oder ein... Warte um. Kettoblaster, was macht man damit? Achso, Lockvogel. Gut, hat sich schon mal nicht verletzt. Ich gucke noch mal kurz zu den guten Herren, was er noch so hat. Das war falsch. We're open to a swap, if you are. All right. Äh. Feuerwerks Munition, okay. What, I can't trust any of you, to get shit done, right? Das ist ja gerade ein Bühnerwissen. Hier kann doch gar nicht so streiten. Ach, mach trotzdem. Kaufen wir die? Dann halt wechseln wir mal kurz. Okay. Wir fahren mal weiter. Oh, da können wir noch mal kurz hier das Haus angucken. Ob es da noch was gibt. Was sagst du, dass wir das Haus angucken? Keep talking like that. And we'll see just how long you last. Ob wir noch irgendwas finden, was uns irgendwie weiterhelfen würde. Weil wir schon einmal den hier geparkt haben. Da ist schon mal nix drin. Auch nix. Ah doch. Stopp, 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 stopp. Das ist ja schon mal gelohnt. No more Zed's to kill? Gut, gut. Gut, wir gehen weitergucken noch mal kurz zu den anderen Läutchens. Vielleicht mal hier gucken, was das hier von... Gebäude ist, ob es da... Was ist going on, hon? Let's help each other round. Of course. Oh, hat nix. Was war hier? Gab es nicht gerade was zum Durchsuchen? Ach, da hinten. Oder dahinter. Wir haben ganz viele Flaschen. Und die passende Munition dazu. Ich weiß nicht, ob das nur einmal ist oder wirklich 40 Schuss. So, hier vielleicht geht's nach rechts. Ich glaube, hier war's. Oder war das hier? Nein, da haben wir schon querter fahren. Oh, der hört sich groß an. Schnell weg. Hier war's. Oh, der hört sich groß an. So, hier hat jemand Redebedarf. Ach, die Baumaterialien, die brauchen wir ja nicht. Davon haben wir genug und die wären eh nur schlecht. Ich kenne dich, Degree. Schau dir selbst, okay? Wir können keine Anfragen schaffen. So, da waren wir auch schon ein paar Mal. Halt. Und eigentlich wollte ich es tanken. Da und wieder ein Schlückchen. So, wir machen das noch kurz. Und dann fahren wir zurück und dann ist glaube ich, wenn es dann wieder morgen ist, fahren wir machen dann die andere Mission, die ich schon viel, viel länger machen wollte oder viel, viel länger machen wollte, aber das bis jetzt noch nicht so richtig geplappt hat. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich bin hier, Heinz. Hallo. Ja, definitiv. Alles klar. Take care. Sehr schön. War das jetzt die Mission? Ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Was haben die hier zu machen und zu reden? Nee, komm. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Haben denen geholfen. Und freuen uns riesig. Jetzt haben wir noch ein bisschen Lebensmittel. Und da freuen sich alle, dass die nicht so verhungern müssen. Die wechseln wir. Die machen wir komplett leer. Und mit denen loszuziehen bringt nicht viel. Oh, oh, oh. Wir müssen uns sehen. Jetzt wird hier wieder nicht los. Okay, so doch. Na komm, wir gucken nochmal kurz zum Verbündeten. Wollte ich zwar eigentlich nicht machen. Aber... Damit sie weiterhin unterfindet und bleiben. Dann gucken wir doch mal hin. Hier geht es irgendwo nach links lang. Und hier ist immer noch die kleine, niedliche Lagerhalle. Und die möchte ich immer noch haben. Die kostet aber 3.000. Ich weiß nicht, so warm war der Preis. Kann natürlich sein, dass sie teurer geworden ist. Oh, das war eine ganz schöne Reise, die wir nach unten gelegt haben. Wollte ich mich jetzt mal so querfält einhauen. Hey, hast du das kleine Tast, ich hatte? Schön. Da sind wir wieder. Oh, die macht das schon. Na, machst du das jetzt oder nicht? Was habe ich jetzt eigentlich zugesagt? Das kaputt machen. Ja, das war auch mein Plan. Aber die sind ein bisschen zu kaputt. Ach, der hilft uns. Ne, da muss ich trotzdem noch mal kurz. Weiß nicht, ob ich dann noch mal wechseln kann. Oh, das habe ich nicht gesehen. Oh, das habe ich nicht gesehen. Okay. Kurz gucken, wie viel aussteigen. Drei Stück. Okay. Gut. Gut, entweder ihn oder sie. Ich entscheide mich kurz spontan für ihn. Weiß auch nicht, ob das hier mit denen was wird. Oh Gott. Die sind schon ziemlich K.O. Ach komm, nur zur Lücke. Ach komm, nur zur Lücke. Ach. So. Oh nein, wir fahren jetzt nochmal zurück und schaffen alles weg, was wir so haben. Es sind echt ein paar tolle Dinge dabei, die ich da nicht unbedingt loswerden möchte und nicht unbedingt verlieren möchte. Gerade wir haben auch ein bisschen Nahrung, ein bisschen Nei zurück und das ist sehr wichtig. Dann sind die beiden auch ein bisschen schlappendolig. Und deswegen. Oh, macht euch weg. Ich werde nicht so das Auto um die Auto vorfahren, dass das kaputt geht. Deswegen versuche ich da möglichst möglichst auszuweichen. Klingt ja nicht viel. Oh. Oh, ein bisschen verfahren. Äh, verfahren nicht, aber... Muss mich gleich noch nicht machen. Oh. Das ging aber stürmisch gut. Hätte ich nicht gedacht. Okay, alles können wir nicht fernhalten, aber... Das große ging schon mal. Oh. Folgt er uns? Sieht ganz so aus. Sehr schön. Hast du wieder angekommen? Ich werde das mal alles reinschaffen. Wir haben Tötenhörer, die kommen in. Alle locken und laden. Es ist ein schwieriges Job, aber irgendjemand hier sollte uns führen. Wie viel? Ah, zehn Stück. Herrlich. Ich hoffe, dass jetzt nichts Großes kommt und es angreift. Es gibt viele wunderschöne Zombies außen unserer Basis. Die Zs. werden sicher diesen Racket hören. Soviel dazu. Soviel dazu. Soviel dazu. Schön, dass legen Sie alle hin und schlafen. Nach erfolgrechem Kampf haben Sie sich auch verdient. Sehr schön. Wunderbar. Wollen wir uns gucken, wo denn unsere Gefolgsleutin ist? Kann ich mich jetzt hier hinlegen, ansonsten wird es echt Kacke. Nein, Jack nicht. Ich will dich haben. Jetzt mich verabragen. Oh, okay, Paketsäcke, Paketsäckchen brauchen wir jetzt nicht mehr. Da sind wir echt gut aufgestellt. So, sie packe ich erstmal kurz hin. Erstmal kurz schon. Ihn schicken wir weg. Und sie packen wir schlafen. Alles schon belegt. Dann legst du dich draußen hin. Ist ja auch kein Problem. Sie sind ja da sehr flexibel und ist ja eine herrliche Nacht, um draußen zu schlafen. Geht nicht. So, die beiden brauchen Hilfe und wir nehmen mal So, haben wir schon mal einen neuen. Mal gucken, wer das ist. Sie nicht. Ihn. Och, jetzt hör doch endlich mal auf damit. Immer irgendwie einen zu nerven. So, wir brauchen erstmal noch ein bisschen was zum heilen. haben wir brauchen ein bisschen Ausdauer-Sachen. Molotow, Ausdauer. Doppelt hält besser. Ausdauer. So, wo ist der andere? Typ. Und starten wir ihn nach außen. Gucken, was für eine Waffe er hat. 30 Schuss. Und noch andere Munitionen drin. Aber die packen wir weg. Und dann brauchen wir hier auch noch ein... Das. So, ich nehme mir das. Nein. Okay. Äh. Dings ist klar, wo wir hinwollen. Wir wollen die Zombies und das Sora jetzt besiegen und mal schauen, wie es läuft. In diesem Sinne. Hier machen wir erstmal Schluss und wir treffen uns dann bis nächstes Mal wieder und mal gucken, wie es ausging. In diesem Sinne. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Kochi. Bye.